Guten Tag, hier ist Dominik Kreuzmann-Meyer und am Sonntag bin ich bei der Mixed Con mit am Start der ersten DJ- und Producer-Messe in München. Ich hoffe, ihr seid auch mit am Start und ich erzähle euch ein bisschen was über das Radio-Geschäft, wie funktioniert Radio, was mache ich bei Energy und was machen DJs und Produzenten in ihren Radio-Shows. Es ist sinnvoll, einen DJ-Mix hochzuladen und wenn ihr was macht, auf was solltet ihr achten. Sonntagnachmittag eine Stunde lang bei der Mixed Con bin ich mit dabei und ihr hoffentlich auch. Wir sehen uns.